Werkstoffe haben fantastische mechanische Eigenschaften, insbesondere wenn sie statisch oder zyklisch belastet werden. Wenn jedoch die Temperatur erhöht wird und 30 bis 60 Prozent ihres Schmelzpunkts in Grad Kelvin erreicht, sinkt die Festigkeit von Werkstoffen stark. Hier sehen Sie einen Glühfaden aus Wolfram, der eine Schmelztemperatur von 3300 Grad Celsius hat. Doch wenn er in Betrieb ist und seine Temperatur auf 2400 Grad steigt, hat er eine begrenzte Lebensdauer, auch wenn seine Belastung, hier sein Eigengewicht, sehr klein ist. Ingenieure haben ab 1910 begonnen, sich für dieses Phänomen, das Griechen genannt wird, zu interessieren. Als Griechen bezeichnet man die Variation der mechanischen Eigenschaften eines Werkstoffs mit der Temperatur, auch unter statischer Belastung und insbesondere wenn der Belastungsdauer groß ist. Bei gewissen Anwendungen in der Industrie können höhe Betriebstemperaturen natürlich nicht vermeiden werden. Die Ingenieure müssten deshalb nach Lösungen suchen, zum Beispiel diese Turbinenschläufen aus Eigenkristall-Superlegierungen oder die Werkstoffe, die für Raketenreaktoren verwendet werden und hohe Temperatur, große Beschleunigen und Vibrationen aushalten müssen. Auch wenn das Griechen auf mikrostrukturer Ebene das Werkstoff ein komplexes Phänomen ist, ist der Versuch nicht kompliziert. Eine einfache mechanische Konstruktion genügt. Auf der einen Seite wird am Ende eine Achse an Gewicht befestigt, das Denk eines Schwenksystems eine konstante Zugkraft auf die Probe übertragen kann. Die Probe befindet sich auf der anderen Seite, zum Beispiel in einem Ofen, damit ihre Temperatur erhöht werden kann. Die Parameter, die gemessen werden, sind die Verformung y der Probe und die Dauer des Versuchs. Die Parameter, die variiert werden können, sind die Temperatur und die Zugkraft. Nach einer gewissen Zeit wird der Tragquerschnitt der Probe kleiner, bis diese schlussendlich bricht. Dieser Versuch kann natürlich auch mit einer Zugmaschine mit einem Ofen durchgeführt werden. Auf der Krischkurve wird die Verformung y in Funktion der Zeit dargestellt. Die Verformung hat keine Einheit. Die Zeit wird zum Beispiel in Sekunden dargestellt. Zu Beginn des Versuchs haben wir eine plötzliche Verformung, die aus einem elastischen und einem plastischen Teil besteht. Anschließend haben wir die Verformung aufgrund des Krischens y-Krib. Man unterscheidet zwischen mehreren Zuständen. Zunächst ist die Verformung Geschwindigkeit nicht konstant, aber sie stabilisiert sich, bis sie schlussendlich konstant ist, was dem zweiten Bereich entspricht. Im letzten Teil der Kurve, nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist, wird das Phänomen instabil und die Verformung Geschwindigkeit nimmt zu und führt schlussendlich zum Rohr, in dem Moment, in dem die Probe keinen ausreichenden Tragquerschnitt mehr hat. Natürlich hat das Spannungsniveau einen Einfluss auf die Lebensdauer der Teile. Hier sehen Sie die Kurven, die 1910 von Andrade für Sinn bei einer Temperatur von 17 Grad gemessen wurden. Dies anspricht schon 50% der Schmelztemperatur von Sinn in Kelvin. Hier sehen wir, dass die Spannung einen Einfluss hat. Je größer die Spannung, desto schneller die Verformung, desto größer sind die Verformungsgeschwindigkeiten und desto rascher kommt es zum Rohr. Auf diesen neuen Kurven sehen Sie die Zeit bis zum Rohr in Funktion der Spannung für verschiedene Temperaturen. Es handelt sich um einen starken, iets beständigen einbasierten Stahl namens S590. Wir sehen das, wenn die Temperatur steigt, die zulässige Spannung für eine bestimmte Zeit bis zum Rohr, zum Beispiel 1000 Stunden, enorm abnimmt. Beim Krischen ist das Verhalten des Verstoffe vergleichbar mit demjenigen eines Hydraulikzylinders, auf den eine Kraft wirkt und dessen Verlängerung dann gemessen wird. Wenn die Kraft auf den Hydraulikzylinder wirkt, verlängert sich dieser progressiv, bis er einen gewissen Wert erreicht, den er nicht überschreiten kann. Denn der Zylinder darf nicht heraustreten. Wir haben somit zunächst eine progressive Zunahme von X und anschließend ein Plateau in Funktion der Zeit. Betrachten wir nun die Kraft für diese verschiedenen Etappen. Zunächst wird eine Kraft angewandt, mit der Hydraulikzylinder in Bewegung gebracht werden kann und die konstant ist. Unter der Einwicklung dieser konstanten Kraft wird sich der Hydraulikzylinder von seiner Position 1 bis zur Position 2 verlängern. Wenn die Kraft nun gelöst wird, bleibt der Hydraulikzylinder in dieser Position blockiert. Damit er in die ursprüngliche Position zurückfindet, müsste man ihn in die angegensetzte Richtung schieben. Die Bewegung ist nicht unmittelbar, sondern verläuft progressiv in Funktion der Zeit, was dämpft wirkt. Dies ist das Funktionsprinzip der Hydraulikzylinder. Nun können wir die Spannung, die wir haben, mittels einer Gleichung modellieren. Diese Beziehung zwischen der Spannung und der Verformung zwischen σ- und ε-Punkt, Verformunggeschwindigkeit, ermöglicht die Definition einer Konstant-Eta, die der Viskosität entspricht und in der Regel in Pascal pro Sekunde angegeben wird. Auf atomarer Ebene kann diese Verzögerung zwischen der Einwirkung der Spannung und der Verformung durch ein Phänomen erklärt werden, das als Diffusion bezeichnet wird. Hier sehen Sie, was passiert, wenn man zwei verschiedene Farben mischt, die viel Wasser enthalten. Die Farben breiten sich progressiv aus, d.h. die Farbmoleküle diffindieren auf dem Blattpapier und vermischen sich. Bei Verstoffen hat man ein etwas weniger glamouröses Bild der Diffusion. Hier sehen Sie einen Kristall mit blauen Atomen und in deren Mitte ein rotes Atom. Bei einer ausreichenden Errissung diffündiert das rote Atom und nimmt den Platz eines benachbarten blauen Atoms ein. Es bewegt sich auf diese Weise weiter, bis es eine bestimmte Position des Kristalls erreicht, z.B. hier. Hier sehen wir, welchen Weg das rote Atom zurückgelegt hat. Die Diffusion wird charakterisiert durch den Diffusionkoeffizient d, der in gewisser Weise dem Durchfluss entspricht und gleich mit D0 mal Eor minus Q dividiert von RT ist. D0 ist eine Konstante, die von Werkstoff und der Art der Diffusion abhängt. Minus Q dividiert von R mal T ist ein Energiekriterium. Q ist eine Aktivierungsenergie, eine Energiebarriere, die überwunden werden muss, damit die Diffusion erfolgt. R mal T ist die Antriebskraft dieser Diffusion. Die Wärmeenergie, d.h. die Schwingungsenergie des Kristallgitters, die es dem roten Atom ermöglicht, sich zwischen dem blauen Atom fortzubewegen. Diese Energie entspricht der Temperaturen Kelvin mal der Gaskonstante, die gleich 8,3 Joule pro Mol Materie ist. Die Aktivierungsenergie kann mittels der Arrheniusgleichung, die wir gesehen haben, einfach berechnet werden. Wir nehmen die Logarithmen der beiden Glieder dieser Gleichung und erhalten log D gleich log D0 minus Q dividiert von RT. Denn der natürliche Logarithmus von e hoch x ist gleich x. Anschließend können wir davon ausgehen, dass log D gleich y ist und log D0 eine Konstant ist, zum Beispiel a. So finden wir das letzte Glied minus Q dividiert von RT. Es kann umgekehrt werden in b mal x, wenn x gleich 1 über t ist. Anhand von Erfahrungswerten, die mittelversuchen ermittelt würden, kann log D in Funktion von 1 über t gezeichnet werden. Wenn ich meine Punkte als 1 nach schnee, erhalte ich eine Gerade, die durch diese Punkte geht. Diese Gerade hat eine Steigung von minus Q dividiert von R. Damit können wir die Aktivierungsenergie für eine Diffusionstrom bei konstantem Zustand finden, d.h. im zweiten Teil der Krischkurve. In diesem Fall folgt die Verformungsgeschwindigkeit y-Punkt der Arrheniusgleichung, da es sich auch hier um eine Diffusion handelt. Wir haben hier y-Punkt, das proportional zu e mit der Potenz minus Q dividiert von RT ist, das wir vorher gesehen haben. Denn es handelt sich immer noch um eine Diffusion. In diesem Fall spricht man eher von Leerstellendiffusion, als von Atomdiffusion wie vorher. Es gibt auch einen Vorfaktor mit zahlreichen Parametern, z.B. Sigma der Spannung und T der Temperatur. D ist die Körngrenze, dann all diese Diffusionsphänomene hängen von der Körngrenze ab, da die Körngrenzen einen Einfluss auf die Diffusion haben. Anschließend haben wir eine gewisse Anzahl Parameter a, m und q, die vom Werkstoff sowie von der Art der Diffusion abhängen. Die erste Art der Diffusion bei Griechen ist die Leerstellendiffusion. Nehmen wir an, dass wir ein Korn haben, auf das eine Kraft einwirkt. Dadurch wird das Korn verformt. Wenn es Leerstellen enthält, werden sich diese in Funktion der Kraft verschieben. In diesem Fall sehen Sie, dass sich die Leerstellen von der Mitte hin zu den oberen und unteren Körngrenzen verschieben. Dadurch wird das Korn verformt. Es verlängert sich in Kraftrichtung und verkürzt sich in die andere Richtung. Man spricht von einer Leerstellendiffusion und die Parameter der Gleichung der Verformungsgeschwindigkeit m und q sind gleich 1 bzw. 2. Bei einer Diffusion entlang der Korngrenze kann q sich verändern. In diesem Fall ist q gleich 3. Diese zweite Verformungsart bei Griechen ist die Korngrenzenverschiebung. Hier sehen Sie vier Körner, auf die erneut eine Kraft entwirkt. Dank der Leerstellendiffusion ist es möglich, dass die Korngrenzen übereinander gleiten, wodurch im Werkstoff Porosität entsteht, was schussendlich zum Bruch führen kann. Irm gleich 2 und q gleich 2 oder 3, falls wiederum etwas in der Matrix oder an den Korngrenzen passiert. Die dritte Art der Formung ist der Versetzungsanstieg. Beim Irritzen des Werkstoffs können die Versetzungen, die sich normalerweise auf klar definierten Ebenen verschieben, die Ebene wechseln. Gewisse Leerstelle können sich verschieben und ihnen helfen, die Ebene zu wechseln. In diesem Fall kann es sein, dass eine Versetzung auf eine Ausscheidung trifft, zum Beispiel wie hier in blau, und diese vermeidet, indem sie aufsteigt. Das heißt auf eine andere Kristallebene wechselt. Für den Versetzungsanstieg haben wir die Konstante m, die gleich einem Wert zwischen 3 und 8 ist, sowie q, das gleich 0 ist. Es ist wichtig anzumerken, dass während des Griechens alle Phänomene kombiniert werden oder nacheinander auftreten können. Es ist somit schwierig, die Werte aller dieser Konstante zu finden, wenn die richtigen Phänomene nicht einzeln betrachtet werden können. Diese verschiedenen Mechanismen können für einen bestimmten Werkstoff und eine bestimmte Korngröße aus Verformungsarten dargestellt werden. Was ist eine Verformungskarte? Wir sehen darauf die genormte Schärspannung in Funktion der Temperatur dividiert von Schmelztemperatur. Weshalb verwenden wir eine genormte Schärspannung? Weil das Schärmodul G von der Temperatur abhängt. Wir dividieren also die Schärspannung Tau durch G, das in Funktion der Temperatur variiert. Dies nennt man Normalisieren. Die Graphite liefert uns Kurven mit einer Isofestigkeit des Werkstoffs, auch wenn dieser bei der Erhöhung der Temperatur an Steifigkeit verliert. Was ist schlussendlich auf diesen Karten zu sehen? Bei hohen Spannungen hat die Temperatur keinen großen Einfluss. Wenn die Schärspannung groß genug ist, das heißt mindestens gleich G geteilt durch 10 ist, werden die Bindungen aufgelöst. Das heißt die ideale Festigkeit des Werkstoffs wird überschritten und dies wird der Fall bei jeder bewilligen Temperatur sein. Anschließend zwischen 10 oder –2 und der idealen Festigkeit haben wir einen Bereich, der aufgrund der Verschiebung der Versetzungen plastisch ist. Unterhalb dieses Grenzwerts von 10 oder –2 sind die Temperatur und die Zeit von Bedeutung, da es geringere Spannung gibt. Man befindet sich hier wirklich im Bereich des Kriechens. Die Verformung der Geschwindigkeit wird hier sehr wichtig. Ich zeichne hier ISO-Geschwindigkeitslinien ein, kleine Geschwindigkeiten wie 10 oder –10 pro Sekunden bis hin zur hohen Geschwindigkeit von 1 pro Sekunde. Was passiert also bei geringen Geschwindigkeiten? Die Diffusion spielt hier eine große Rolle, zunächst in den Korngrenzen. Wenn anschließend die Verformung der Geschwindigkeit ein wenig erhöht wird, tritt vielleicht auch in der Matrixdiffusion auf, denn gleichzeitig wird die Temperatur erhöht. Schlussendlich sehen wir oberhalb dieses Bereichs einen Bereich, der durch das Potenzgesetz geprägt ist, in dem der Versetzungsanstieg am wichtigsten ist. Dadurch wird die Verformung begünstigt, die sich beschleunigt und in gewissen Fällen kann sogar eine dynamische Rückkristallisation auftreten. Das heißt neue Korngrenzen entstehen durch die Verformung, um die Dichte der Leststellen im Werkstoff zu verringern. Diese Verformungskarten würden von Ashby erfunden. Hier sehen Sie ein reelles Beispiel einer Verformungskarte für eine Nickel-Superlegierung. Trotz der Komplexität des Krisch-Phänomens, trotz der aufgetrennten Schwierigkeiten, schafften es die Metallingenieure stark, ITSE beständigte Legerungen zu entwickeln. Sie sehen auf dieser Karte die notwendige Spannung für verschiedene Werkstoffe, um innerhalb von 10 Minuten eine Verformung von 3% zu erzielen. Wir sehen natürlich, dass gewisse Legerungen, insbesondere diejenigen mit einem geringen Elastizitätmodul, das heißt einer geringen mechanischen Festigkeit, wie zum Beispiel Aluminium oder Magnesium, nicht sehr ITSE beständig sind. Sie sehen aber auch, dass die Festigkeit von Aluminium drastisch erhöht werden kann, indem man es legiert, zum Beispiel im Fall der Serie 7000 Aluminium-Sink oder der Serie 2000 Aluminium-Kupfer. Diese leichten Werkstoffe haben natürlich ziemlich geringe mechanische Eigenschaften und sind nicht sehr temperaturbeständig. Doch wir haben auch Titan, das ebenfalls ziemlich leicht ist und viele höhere Temperaturen aushält, wie ihr sie sehen. Zudem ist es Korrosion beständig. Wenn Sie die Ställe anschauen, sehen Sie, dass niedrig legierte Ställe keine ausgewöhnlichen Eigenschaften haben, jedoch höhere Temperaturen aushalten als Aluminium und Magnesium. Durch eine Legerung mit Eisen und die Erstellung von roßfreiem Stahl erzielt man sehr gute Eigenschaften, zum Beispiel für 7,07 pH. Durch die weitere Forschung könnten Legerungen ergestellt werden, die stark hitze-beständig sind. Sie sehen diese hier rechts im Bild, zum Beispiel Inconell A286 oder W36. In diesem Fall hat man Legerungen, die hohe Spannungen bei hoher Temperatur während einer ziemlich langen Dauer aushalten können. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben und bis zum nächsten Mal. ૑ In einer Ville nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar, hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un Mundial Y consagrarse en Primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un Mundial Y consagrarse en Primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco quede un dos ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque glorió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Baradón! la doce porque esto no pasa! ¡ predictiona de cheque! ¡Paradón! Paco Var' Untertitelung des ZDF für funk, 2017